Ja, wer ist da? Wer ist da? Einfach eine Frage. Der, der deine Mutter gefickt hat, du hunden sollst. Die Intelligenzbestie ist wieder da. Wie geht's dir? Mir geht es gut. Das ist schade, schade. Ja, mir geht's wunderbar. Dir geht's wunderbar, ja? Immer, immer. Immer, immer wunderbar. Bei dir ist das ja auch kein Wunder. Man sagt ja schlechten Menschen geht's gut, richtig? Äh, ne, also an schlechten Menschen geht's nicht gut, also ich bin kein schlechter Mensch. Na offensichtlich, wenn du bei so einer Firma arbeitest. Bei, bei, was für einer Firma arbeite ich? Weiß nicht, irgend so Mafiascheißdreck. Mafiascheißdreck, okay. Also dann, äh, pass auf mit der Mafia zu reden, du Hund. Ne, ich hab keine Angst vor so Viechern wie euch. Ich freu's dich zum Frühstück, drei von deiner Sorte. Du. Klar, du. Komm on. Wohin? Sag mir, wo kommen? Wohin? Komm on, du Scheißbänner. Wohin? Wohin soll ich kommen? Wohin sollst du kommen? Ja, sag mir, wohin kommen? Komm nach, komm, komm nach, komm nach Napel. Nach Napel? Was will ich da? Ja, also komm, komm mal nach, komm. Bist du in Napel oder was? Ja, bin ich da. Blöd, du bist eine Schande für jeden richtigen Italiener, blöd. Komm, komm, komm nach Napel. Wohin will, Alter. Tut immer so, also wir Deutsche seid, hockt in Italien, ihr kleinen Penisse. Also ich bin überall. Ja, wo deine Mutter ist. Bist gedanklich, bist du überall bei deinem verwirrten Kopf, wundert mich das nicht. Also da, wo deine Mutter ist, da bin ich immer. Blablabla. Fällt dir nichts Besseres ein? Deine Frau auch. Wenn man so blöd ist wie du, kann einem nicht einfallen. Blablabla. Du bist ein Lutscher. Ja, möchtest du einen Lutscher? Vielleicht hilft dir das bei deinen psychischen Problemen. Ich hätte Erdbeer und Zitronengeschmack für dich. Möchtest du vielleicht beide? So wie ein kleines Kind brauchst du ein bisschen Trost zwischendurch bei deinem traurigen Leben. Nee, ich habe kein trauriges Leben. Doch, sonst würdest du nicht so einen armen Job machen. Armen Job, okay. Also ich verdiene davon also genug, dass ich dich so vielleicht mit Geld schlagen kann, ja? Ja, schlag mich mit Geld, ist in Ordnung. Machst du jetzt gerade auch. Weißt du, ich habe mir so 0190 Nummer besorgt. Jede Minute, wo wir sprechen, kostet 3,63 Euro für dich. Also, können wir gerne noch weiterreden. Ist bares Geld für mich, das ihr bezahlen müsst, bei Telefonrechnung. Telefonrechnung, super. Ist so. Okay, freut mich, ja, weil du am Penner bist, natürlich. Also du kannst das nicht selbst bezahlen. Nee, das bezahlst du, du hast ja bei mir angerufen. Soll ich dir noch einen Döner kaufen und ein Ei ran, so gehst du essen und trinken? Nee, ist nicht so ganz mein Essen, so eine schöne Pizza würde ich nehmen. Pizza, okay, dann komm, komm nach Napel. Also, und ich gebe dir, und ich zahle dir eine Pizza. Du hast doch, bei deinem Charakter hast du doch in jedem vernünftigen Laden in Neapel Haus verbaut. Was soll ich da hinkommen? Da kann man ja keine Action haben mit dir. Also, kannst du, kannst du bitte nach Napel kommen? Nein, Blatt, ist Corona, ist Reiseverbot. Weißt du das nicht? Aber woher sollst du auch wissen? Also, wer will, wer will, kann, kann natürlich reisen. Aber es ist der größte Schmerz, ihn jetzt zu reisen. Wer große und wer, oder wer große Eier hat, kann natürlich reisen. Das größte, ich würde eher sagen Dummheit, jetzt sich in ein Flugzeug zu setzen und irgendwo hinzufahren. Wenn du jetzt Berlin oder Hamburg, hätte ich gesagt, alles klar, vier, fünf Stunden bin nicht da, können wir uns boxen, gar kein Thema. Boxen, du mit mir. Klar, Blatt, ich freu dich zum Fließtück. Gar keine, gar keine Chance. Ja, für dich nicht. Nee, also, für dich. So kleiner möchte gerne ein Mafiosi, der am Telefon den dicken Cojones raushängen lässt, Blatt. Noch keine Haare am Sack, aber ein Kam in der Tasche, so einer bist du. Du hast doch noch nicht mal Führerschein für den Roller, Blatt. Ich habe nicht mal Führerschein, also dann willst du meine Autos sehen. Nee, Führerschein für der Orala, Blatt. Für was? Für der Orala, ist der einzige Führerschein, den du kriegen wirst. Das ist der Orala, was ist das? Ja, wahrscheinlich benutzt du das auch nicht, du stinkst, Blatt. Was soll das sein, in deiner scheiß indische Sprache? Ich bin Russe, du Depp. Du bist Russe. Da klar, Mann. Du bist Russe, komm doch, bitte. Wo ist die Kette? Wo ist die Kette? Komm doch. Ich habe dich gefragt, wo die Kette ist, Blatt. Komm doch, du. Auch wieder zu schwer. Ich spreche leider kein Idiotisch, darum weiß ich nicht, in welcher Sprache ich so wichtig, dass du das auch verstehst. Ist schwierig. Du bist Russe, du bist ein Scheiß-Indianer, oder weißt du das? Scheiß-Indianer. Ah, du bist so intelligent, Blatt, die ganze Welt erzittert vor deinem Edelmut. Du bist einfach nur ein Penner, ja. Sagt der, der Leute am Telefon betrügt. Schämst du dich nicht? Ficken, genau wie dir auch, du Hund. Weißt du, die Mafiosi, von denen man so hört, da sind auch Ehrenleute, die nehmen von den Reichen und gebenden Armen, so wie Camorra zum Beispiel, auf Sizilien. Aber das, was du machst, du nimmst armen Leuten das Geld weg, um dich selber zu bereichern, das ist kein Mafia, das ist einfach nur ehrenlos, verstehst du? Ehrenlos bist du. Warum? Was machst du da, was, was machst du in Deutschland, du Hund? Ich klau dir die Zeit, das ist ein sehr wichtiger Beitrag für die Gesellschaft. Geh mal da, geh mal da in dein Land, verpiss dich in dein Land. Ich bin in meinem Land, du Nazi-Blatt. Wo, wo, wo bist du in dein Land, du Hund? Ich bin in meinem Land. Ich bin in meinem Land. Jetzt bist du in deinem Land. Richtig, mein Land ist Deutschland blöd, wie Russland hat Deutschland erobert, den Krieg blöd. Aber natürlich weiß ich das auch nicht, weil bist du nicht zur Schule gegangen. Also Russland ist scheiße, Russland ist scheiße. Hör auf mit diesen Nazi-Sprüchen blöd, das ist nicht cool. Russland ist scheiße und du bist auch ein scheißer. Du kannst nicht mal richtig sprechen, sag du bist doch ein scheißer. Schaffst du eigentlich eigenständig zu atmen oder hilft dir da jemand? Hast du so Herzschrittmacher für deine Lunge? Kannst du dich mal, kannst du dich mal in dein Land verpissern, du Hund? Was machst du in Deutschland? Betrüger verarschen. Betrüger verarschen. Nee, also ich bin kein Betrüger, also ich bin nicht verarscht worden. Nee, ich bin nicht. Doch, du bezeichnest dich doch selber als Mafiosi-Blatt. Jeder richtige Mafiosi würde dich schlagen, Blatt. Mit einer harten Baguette-Stange voll in die Schnauze-Blatt. Nee, die, 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 die Mafiosen schlagen keine Mafiosen. Die Mafiosen schlagen solche Hunde wie du. Du bist kein Mafiosi, du bist ein ehrenloser Hund, der alten Leuten das Geld wegnimmt. Solche Straßenhunde wie du werden von Mafiosen geschlagen. Nee, ich glaub, Mafiosi mögen Straßenhunde lieber als dich, weil Straßenhunde kann man erziehen. Du bist hoffnungsloser Fall für die Edukation, Blatt. Also solche Straßenhunde wie du, also spuckt man, spuckt man ins Gesicht. Weißt du, was das Schöne an Straßenhunden sind? Die sind dankbar für das, was sie haben. Und du bist einer der anderen, das wenige, was sie haben, wegnimmt, um sich selber zu bereichern. Du bist viel weniger als ein Hund auf der Straße, weil der hat noch seine Ehre und sein Leben. Du hast gar nichts. Also du bist trotzdem ein Hund von der Straße. Ja, super, du hast kein Wort verstanden. Du bist so ein Junkie. Geh mal da beim Bahnhof, also spritzen und dann, das ist schon alles erledigt. Ah, ist schon alles erledigt. Ich dachte, du bist ein Mafiosi, dann hast du doch bestimmt auch mit Kartell der Golfer und so zu tun, oder nicht? Also ich habe mit viel zu tun, mit viel zu tun. Ja, und reden die auch mit dir oder schlagen die dich nur und spucken dich an? Na, also, bitte benutze meine Wörter nicht. Warum nicht? Benutze meine Wörter nicht. Ich muss ja die Wörter nehmen. Ich muss doch die Wörter nehmen, die du kennst, alles andere verstehst du doch nicht in deiner kleinen Welt. Also, ich verstehe viel zu viel, aber ich will nicht so mit solchen Scheiße Leute wie du reden, ja? Warum rufst du mich dann an, du Quatschkopf? Also, ich wollte dich nur einfach nur mal beleidigen. Du kannst mich gar nicht beleidigen. Weil du ein Hund und Sohn bist. Du bist ein Hund und Sohn. Leute, die intellektuell so weit unter dem Erdkern angesittelt sind, du kannst zu mir sagen, was du willst. Das interessiert mich überhaupt nicht. Leute, wie du können mich nicht beleidigen. Interessiert, okay. Also, interessiert dich, wenn ich da vorbeikomme und deine Frau fick, ja? Bla, bla, bla. Ich habe einen Mann, falls du es noch nicht weißt. Ich bin schwul, blöd. Ah, du hast einen Mann. Ich habe einen Mann, ja. Du bist schwul? Ja, bin ich. Hast du Probleme damit? Ja, okay. Habe ich Probleme mit dir. Du bist schwul. Also, schade für dich, dass du in dieser Welt lebst, du Hund. Du bist richtig zurückgeblieben, mental und geistig. Du bist, also hast, bekommst du, bekommst du den Schwanz jeden Tag in deinen Arsch, du Hund. Was, 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 was soll man von dir erwarten? Was soll man von dir erwarten, du Fener? Besser Unterhaltung. Super, jetzt sind wir schon bei 10 Minuten. Das heißt, 36 Euro hast du mir schon gegeben durch deinen Anruf. Das ist echt großzügig. Okay, alles gut, alles gut. Also, besser gehen wir hier so mit, 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 mit Anrufe als mit Schwänze, genau wie die anderen zu dir geben. Oh, du bist du richtig arm, Figur. Also, was bist du, was, was bist du, also bist du, bist du ein Scott, oder was bist du, also fickst du dich in Arsch und wegen Geld, oder was? Nein, weil es Spaß macht. Also, nur für Spaß. Gib mir mal dein E-Mail-Adress, ich schick dir Bilder. Ah, nee, danke schön, also ich hab, äh, kein Interesse an solche Schwulenbilder zu haben. Blöd, homophobe und rassist, was bist du eigentlich nicht und kriminell bist du auch noch? Also, ich bin alles, was ich will, aber, weil so wenigstens, also, schwul bin ich nicht. Genau wie du, du Hund. Also, weißt du, ich hab, ich hab ein paar Freunde, die aus Afrika kommen, okay, und die könnten dir so ein Gangbang machen, du Hurensohn. Nein, dann sind deine Freunde ja auch schwul, dann magst du die ja auch nicht mehr. Nee, also, äh, mach keine Sorge für meine Freunde, also ich, ich kenne ein paar Leute aus Afrika, die können dir ein, so, so, Bombe Gangbang geben, du Hund. Ich glaube, die geben dir eher ein Bombegang in den Shadow, weil du so menschenfeindlich bist, weißt du gerade? Ich bin nicht, also, ich bin nicht, aber ich bin nicht so einer, ich bin nicht so einer, du bist schwul, ich bin nicht. Ja, und wo ist das Problem, weißt du, weißt du, weißt du, gerade die Menschen, die, die aus Afrika kommen, die wissen, wie es ist, in Armut zu leben, die würden dir wahrscheinlich auf die Schnauze hauen, weil du armen Menschen das Geld wegnimmst, so einer bist du. Nee, nee, also, ich, ich mach das überhaupt nicht. Nein, du gibst den Menschen Geld, hab ich recht, du bist wie Robin Hood. Ja. Wie heißt Robin Hood auf Italienisch, sag mir. Äh, brauchst du das nicht von mir zu hören. Ja, weil du es auch nicht weißt, du hast keine Spiegel zur Schule gegangen. Ich sage nichts, also, was dir interessiert, okay? Natürlich interessiert mich, Robin Hood war auch schwul. Robin Hood war auch schwul. Ist so, er hatte eine Katze. Okay, und? Ja, und? Und, wo, wo, wo steht das Problem? Okay, der war schwul genau wie du. Steht bei Geschichtsbüchern drinnen. Steht bei Geschichtsbüchern drinnen. Okay, alles gut. Aber dazu müsste man lesen können, das hat dir wahrscheinlich auch keiner beigebracht. Digga, weißt du was? Also, besser, besser Ignoranz sterben, okay? Und gar nicht lesen als schwul sein. Du hast eine Ehre verkauft, du Hund. Du hattest eine Ehre. Du hattest eine Ehre und rufst du mich her an. Du hast eine Ehre verkauft. Alter, du redest seit zwölf Minuten mit einem Schwulen. Du bist jetzt auch schwul, Blätt. Wenn du nachher anfraust bist, wirst du dich hecken. Man kann nicht... Das ist unterbewusste Beeinflussung. Du magst die italienische und spanische Beifelung. Man kann nicht schwul werden, nur wenn man mit einem Schwul redet. Ich hab dich angesteckt, Blätt. Was hast du gemacht? Du hast mich angesteckt. Ich hab dich angesteckt mit Schwul, verstehst du? Nee, nee. Doch, du bist jetzt auch schwul. Also gar keine... Jedes Mal, wenn du an eine russische Stimme hörst, wirst du an schwule Männer denken. Okay, also es ist mir egal. Also die russischen Männer, die sind alle schwule natürlich. Soll ich dir mal meinen Freund geben? Der will auch mit dir reden. Nee, nee, will ich nicht mehr mit schwulen reden. Also jetzt... Hallo? Ich hab ein schönes Wochenende. Wie redest du denn mit meinem Freund, du kleiner Stricher? Also habt zusammen ein schönes Wochenende. Fickt euch also diese ganzen zwei Tage. Und dann Anfang der Woche fängt an, wieder auf der Straße zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Ja, rufst du dann wieder an, damit du Geld verdienst? Ihr Hunde, verpisst euch. Du hast hier angerufen. Ihr Penner. Du hast hier angerufen. Verpisst euch, ihr Penner. Ja, ich verpisst euch hier Penner. Darf ich einen Kuss haben? Okay, wollt ihr einen Dichter, weil mehr kann ich euch nicht geben? Ja, geht mal, wie lang ist der? Ein großes Dichter. Wie groß? Wollt ihr das oder nicht? Wie lang ist der? Na gut, da müsste man Zentimetermaß benutzen können. Da hört es bei dir wahrscheinlich auch schon wieder auf. Du kleiner Pau. Nee, nee, also bei euch sollte das passen. Bei mir geht das nicht. Also ich bin gar nicht wohl wie ihr. Oh, warum nicht? Das macht aber voll Spaß. Voll Spaß. Oh, du Vogel. Komm, komm, guck mal, du redest schon wie einer. Guck mal, wir haben dich angesteckt. Mach mal diese Stimme nicht mehr, du verdammter Hurensohn. Wir haben dich angesteckt. Guck mal, du redest auch schon so wie ich. Nee, also ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht machen. Das war, das hab ich dir imitiert. Komm, gib mir mal einen Kuss übers Telefon. Komm schon, ich weiß doch, du willst das. Oh, ihr seid so spaßtisch. Komm, komm, komm. Ihr seid so spaßtisch. Ich mag deine Stimme. Die höre ich mir heute Abend an, wenn ich in der Badewanne liege. Nee, nee, also bitte, bitte nicht mit mir solche Sachen, solche Wörter. Ich höre mir das nachher an, wenn ich in der Badewanne liege und bei jedem deiner tollen Worte. Da läuft mir der geile Geifer aus dem Mund. Oh, toll. Das höre ich mir. Ach mein Gott. Was seid ihr Deutschen so? Oh, ihr solche Deutschen und Russen, alle Spuchteln und Schlampen. Oh mein Gott. Also diese Welt wird kaputt. Also dauert nicht mehr ein Jahr. Und also wir sind alle verschwunden nur wegen euch. Ein Telefonbetrüger regt sich über das Verschwinden von Anstand an. Und so weiter. Verpisst euch jetzt. Habt ja ein schönes Wochenende. Wie heißen du eigentlich? Ganz hart. Wie heißen du eigentlich, Kulo? Alter, was ein Trottel. Unglaublich. 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 Unglaublich.